Moin Freunde, hallo Internet! Willkommen zur nächsten Verschenkaktion von Online GameScout. Und wie ihr ja bestimmt alle schon wisst, ist es bald soweit. Battlefield 4 kommt raus, Ende Oktober. Und die Open Beta startet am 4. Oktober. Und das nehmen wir zum Anlass, euch unseren Key für Battlefield 3 zu verschenken. Und da wir nur ein Key haben, wisst ihr Bescheid. Kommentare schreiben unter unserem YouTube-Video unter diesem hier. Und per Zufallsgenerator losen wir dann demnächst den Sieger aus. Also Jungs, viel Spaß dabei und viel Glück. Euer Martin. Tschüss!